Und herzlich willkommen zu einem neuen Musiktheorie-Video, welches auf dem ersten Video aufbauen soll, das ich vor ein paar Wochen gemacht habe. In diesem ersten Video ging es um die Harmonisierung einer Choralmelodie, wo wir nur drei Akkorde verwendet haben, die sogenannten Hauptfunktionen der Tonart, die Kadenzharmonie. Und trotz dieser Einschränkungen haben wir gesehen, dass man mit verschiedenen Techniken durchaus einen sehr reizvollen und farbigen Satz herstellen kann. Aber natürlich ist es schön, wenn man nicht ganz so eingeschränkt ist und nur drei Akkorde zur Verfügung hat. In jeder Tonart gibt es sehr viel mehr Akkorde als nur die drei Hauptfunktionen. Und wir wollen heute drei weitere Akkorde erstmal dazunehmen, sodass wir also zunächst mal mit sechs Akkorden eine Choralmelodie harmonisieren können. Die drei, die dazukommen, sind die Nebenfunktionen. Man sagt auch Parallelfunktionen dazu. Ja, was hat es mit den Parallelfunktionen oder den Nebenfunktionen einer Tonart auf sich? Nochmal zur Erinnerung, wenn ich auf der Tonleiter einer Tonart Dreiklänge bilde, wie hier in C-Dur, dann habe ich drei Dur-Dreiklänge auf der ersten, auf der vierten und auf der fünften Stufe. Und das sind eben unsere drei Hauptfunktionen, die die Tonart grundsätzlich ausmachen und prägen. Wenn ich eine Dur-Tonart habe, sind eben die drei Dur-Dreiklänge, die ich hier bilden kann, am wichtigsten. Und dann habe ich auf der zweiten, auf der dritten und auf der sechsten Stufe drei Moll-Dreiklänge. Das sind die sogenannten Nebenfunktionen. Auf der siebten Stufe, auf dem Leitton, gibt es noch einen verminderten Dreiklang mit zwei kleinen Terzen übereinander. Also kein natürlicher, normaler Dreiklang. Den lassen wir auch erstmal außen vor. Aber mit den drei Moll-Dreiklängen kann man schon eine ganze Menge weiteres anfangen. Selbes gilt auch für eine Moll-Tonart, obwohl ich gleich dazu sagen muss, wir beschäftigen uns erstmal mit einem Dur-Choral. Die Verhältnisse sind nicht eins zu eins übertragbar zwischen Dur und Moll. Aber einfach der Vollständigkeit halber, wenn ich eine Moll-Tonleiter habe und bilde auf jedem Ton der Tonleiter einen Dreiklang, dann habe ich auch hier drei Moll-Dreiklänge auf der ersten, der vierten und auf der fünften Stufe, die unsere Hauptfunktionen sind. Tonika, Subdominante, Dominante. Ich habe drei Dur-Dreiklänge auf der dritten, auf der sechsten und auf der siebten Stufe. Und auch hier auf der zweiten Stufe dieses Mal einen verminderten Dreiklang. Wichtig ist, in Moll, es geht hier um eine natürliche oder reine Moll-Tonleiter, in der ich keine zusätzlichen Vorzeichen dazu tue. Das heißt, der siebte Ton der Tonleiter ist kein Leitton, der ein Halbton vom Grundton weg ist, wie das bei Dur der Fall ist. In Dur H zu C, der Leitton leitet in den Grundton. Das habe ich in Moll von Natur aus erstmal nicht. Ich kann das aber künstlich herstellen, indem ich zum Beispiel jetzt in der Dominante, in der fünften Stufe, die Terz erhöhe und hier ein Gis einfüge. Dann habe ich den Leitton und die Dominante hat dann auch wirklich dieselbe Qualität zu leiten in die Tonika A-Moll. Warum werden die drei Moll-Dreiklänge, die ich in der Dur-Tonleiter bilden kann, auch parallele Funktionen, Parallelfunktionen genannt? Nun, die beiden Tonarten C-Dur und A-Moll als Ganze sind parallele Tonarten, weil sie nämlich dieselben Vorzeichen miteinander teilen. In dem Fall kein Vorzeichen. C-Dur und A-Moll sind vorzeichenlose Tonarten. Aber wenn ich zum Beispiel zwei Kreuze habe, dann habe ich eine Dur-Tonart D-Dur und im selben Verhältnis eine kleine Terztiefe habe ich die parallele Moll-Tonart H-Moll. Wenn ich vier Bs habe, dann habe ich As-Dur, die Dur-Tonleiter und F-Moll, die Moll-Tonleiter, die mit denselben Vorzeichen gebildet wird. Das sind also wie zwei verschiedene Seiten einer Medaille. Vorderseite, Rückseite, die helle Seite im Licht, die Schattenseite im Dunkeln, vielleicht für die Moll-Tonart, wenn man das so sagen möchte. Das gilt aber nicht nur für die Tonart als Ganze, das gilt auch für die Hauptfunktionen. A-Moll ist die Tonika von A-Moll, aber es ist eben auch die Tonika-Parallele von C-Dur in der Tonart C-Dur. D-Moll, die Subdominante in A-Moll, ist in der Tonart C-Dur die Parallele der Subdominante F-Dur, eine kleine Terztiefe. Und E-Moll ist die Parallele der Dominante G-Dur in der Tonart C-Dur. Was kann ich nun mit diesen Parallelakkorden machen? Im Grunde genommen kann ich die Hauptfunktionen durch die Parallelfunktionen ersetzen, um damit eine größere harmonische Vielfalt in den Satz reinzubekommen. Wenn ich hier zum Beispiel jetzt eben die ganz normale Kadenz in Dur habe, kann ich jeden Akkord davon ersetzen mit dem Parallelakkord, eine kleine Terztiefe, und bekomme die Parallelkadenz in der Paralleltonart A-Moll. Ich kann aber auch einzelne Akkorde einfach nur ersetzen. In dem Fall hier zum Beispiel die Subdominante durch die Subdominante-Parallele D-Moll. Das wirkt eine kleine Spur anders, dadurch, dass ich jetzt eben einen Moll-Dreiklang in diesem Kadenzkontext habe. Aber der wirkt genauso überzeugend in diesem Zusammenhang wie das F-Dur, wie die Subdominante. Es entsteht dann die 2-5-1-Kadenz im Gegensatz zur 4-5-1-Kadenz. Eine kleine Variante, die immer sehr reizvoll ist. Wenn ich die Tonika am Ende einer Kadenz durch die Tonika-Parallele ersetze, dann bekomme ich einen sogenannten Trugschluss oder eine trugschlüssige Wendung. Trugschlüssig, wenn es jetzt nicht wirklich an einer Schlussstelle, an einem Binnenschluss, zum Beispiel Choralzeilenende, stattfindet, sondern auch mittendrin im Satz. Dann spricht man nicht von einem Trugschluss, sondern von einer trugschlüssigen Wendung. Also wenn sich die Dominante auflöst, aber nicht in die Tonika, sondern in die Tonika-Parallele, die sie ersetzt. Ich erwarte eigentlich die Tonika, bin ein bisschen überrascht, wenn die Tonika-Parallele stattdessen kommt, aber ich akzeptiere die Tonika-Parallele durchaus als legitime Auflösung nach der Dominante. In dem Fall würde man in der Regel auch immer die A-Moll-Tertz-C verdoppeln, sodass dann der Leitton H sich auch tatsächlich hier ins C auflöst. Das Ganze hier kann ich auch eine kleine Terz tiefer machen. Dann habe ich sozusagen die A-Moll-Kadenz mit dem Trugschluss. Wenn ich das Ganze in der Ton-A-C-Dur denke, also Tonika-Parallele, Subtonika-Parallele, Dominant-Parallele, dann ist eben die Auflösung der Dominant-Parallele zur Subdominante durchaus auch eine legitime, die auf ähnliche Weise wirkt, wie wenn ich nach der Dominante die Tonika-Parallele bringe. Es sind dieselben satztechnischen Verhältnisse. Das hört sich genauso logisch an. Von A-Moll aus gedacht ist das eben eine Trugschlusswendung. Ich kann auch am Anfang der Kadenz natürlich die Tonika durch die Tonika-Parallele ersetzen und bekomme dann ein größeres Gefälle in diesen vier Akkorden. Ich habe dann nicht so sehr diesen Zirkel, dass ich mit demselben Akkord aufhöre, mit dem ich angefangen habe, sondern habe vier Akkorde, die ein Gefälle zur Tonika hin bilden. Ein bisschen aufpassen muss ich mit dem Ersetzen der Dominante durch die Dominant-Parallele. Das kann man durchaus machen, aber die Dominante ist ja wirklich ein sehr spezieller Akkord, der was sehr Spezielles will, der sich auflösen will in die Tonika und der eine sehr kraftvolle Schlusswendung hat. Wenn es mir also wirklich um diese kraftvolle Schlusswendung geht, dass ich wirklich will, diesen Quintfall, dieses sehr stark schließende, dann sollte ich da nicht die Dominante durch die Dominant-Parallele ersetzen. Wenn das so mittendrin mal ist, dann kann man das mal machen, aber ein bisschen vorsichtig sollte man damit sein. Was zum Beispiel auch häufig vorkommt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Kadenz erweitere, statt einfach der Quintfälle Tonika, Subdominante, Dominante Tonika, wenn ich hier jeweils Tonika-Parallele, Subdominante, Subdominante-Parallele, jeweils die Parallelfunktionen dazwischen schiebe, dann habe ich eine erweiterte Kadenz, die statt der Quintfälle Terzfälle macht. Hier, wie gesagt, wenn wieder wirklich der stark schließende Dominante Tonika Schluss gewollt ist, dann mache ich da nicht noch die Dominante-Parallele dazwischen. Das würde diese Schlusswirkung wieder sehr stören. Auch eine sehr häufige Wendung ist die sogenannte 16-25-Kadenz. Also wenn ich Tonika-Tonika-Parallele den Terzfall habe und dann von der Tonika-Parallele direkt zur Subdominante-Parallele springe, so wie wenn ich von der Tonika zur Subdominante springe, nur auf dem parallelen Verhältnis eine Terz tiefer. Von der ersten zur sechsten Stufe, zur zweiten Stufe und dann wieder den Quintfall zur fünften Stufe und Quintfall zur ersten Stufe, dann entsteht die sogenannte 16-25-Kadenz. 1, 6, 2, 5, 1. Das ist eine sehr häufige Wendung, die gerne verwendet wird. Wenn wir die Hauptfunktionen durch ihre parallelen Mollfunktionen ersetzen, müssen wir etwas beachten. Nämlich, dass sich bei den Melodietönen dann natürlich die Lage des Tons im Akkord verschiebt. Nehmen wir mal zum Beispiel in der Ton-AC-Dur den Ton-F, der ja der Grundton der Subdominante sein kann. Wenn ich die Subdominante durch die Subdominant-Parallele ersetze, dann ist der Melodieton-F nicht mehr der Grundton, sondern die Terz von D-Moll. Das ist soweit nicht wahnsinnig problematisch. Selbes gilt, wenn der Melodieton jetzt der Ton A gewesen wäre, was die Subdominante-Terz sein kann. Und wenn ich jetzt eben die Subdominante durch die Subdominante-Parallele ersetze, dann ist der Melodieton A, den ich also harmonisieren will, in dem D-Moll die Quinte. Auch das ist nicht weiter problematisch. Aber jetzt wird es interessant. Wenn ich den Melodieton C hatte und habe ihn als Quinte der Subdominante gedeutet, dann wird daraus, sobald ich die Subdominante-Parallele statt der Subdominante nehme, die Septime der Subdominante-Parallele. Also aus einer Quinte eines Akkordes wird eine Septime. Das ist dann kein Problem, wenn die Melodie danach einen Sekundenschritt abwärts geht. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Folge Subdominante-Dominante-Tonica habe mit der Melodie C, H, C, ja, dann geht das auch mit Subdominant-Parallele Dominante-Tonica und die Septime der Subdominant-Parallele löst sich dann im Sekundfall zur Terz der Dominante auf. Wir haben das schon bei der Dominante gesehen, charakteristische Dissonanz der Dominante war die Septime, aber da war wichtig, wenn ich die Septime haben möchte, der Dominante, dann muss sie sich im Sekundschritt fallend auflösen. Das gilt für alle anderen Septimen auch. Also wenn ich einen fallenden Sekundschritt hier habe, dann kann ich hier durchaus immer noch die Subdominante durch die Subdominant-Parallele ersetzen. Sinnvoll, das ist sogar noch reizvoller, weil ich dann einen Vierklang habe, der sehr eben reizvoll im wahrsten Sinne des Wortes ist und die Spannung, die Reibung der Septime löst sich dann auch in die richtige Richtung auf. Anders ist es, wie hier zum Beispiel, wenn es melodisch nach oben geht, dann wäre das eine Stelle, wo ich nicht die Subdominante durch die Subdominant-Parallele ersetzen könnte, weil die Septime der Subdominant-Parallele will einfach nicht nach oben, sondern sie will sich nach unten auflösen. Wenn aber das durch die Melodie vorgegeben ist, dass es nach oben geht, dann kann ich hier nicht die Subdominant-Parallele machen. Ich möchte noch, bevor wir zu einem praktischen Beispiel kommen und dann auch tatsächlich versuchen anzuwenden, wie wir mit Parallelakkorden im Choralsatz umgehen können, möchte ich noch eine Sache kurz ansprechen. Diese Sache hat nichts mit strengen Regeln, die man zu beachten hat und verboten zu tun, sondern eher was mit einem stilistischen Bewusstsein. Es gibt ja in der Musikgeschichte verschiedene Stile, die sich eben auch verschieden anhören und die sich aufgrund verschiedener technischer Voraussetzungen eben auch unterschiedlich anhören. Und dazu gehört, wie Klänge aufeinander folgen, wie Akkorde miteinander verbunden werden und was dabei passiert, also sogenannte Klangverbindungen. Und ich kann unterscheiden die authentischen von den plagalen Klangverbindungen. Und das ist sehr wichtig für eine bestimmte stilistische Einordnung von Musikstilen. Authentische Klangverbindungen sind welche, die man in der Funktionstheorie als besonders zielstrebig, als besonders logisch, als besonders zwingend empfindet, die also eine klare Richtung haben, die man sofort versteht. Plagale Klangverbindungen wirken ein bisschen schlaffer, nicht ganz so zielstrebig, nicht ganz so zwingend. Sie wirken nicht falsch und nicht hässlich oder sowas, aber sie haben halt einen etwas weicheren Charakter, einen etwas weniger zwingend fortschreitenden Charakter. Manchmal vielleicht auch einen etwas gegen den Strich gebürsteten Charakter. Und das ist eben tatsächlich wichtig für eine bestimmte stilistische Unterscheidung. Ich kann ganz grob sagen, Musik, die modal ist, also kirchentonal, das kann auf der einen Seite sein, Renaissance- Musik, also alles, was bis etwa 1500 geschrieben wurde, 1520, 1530 so rum, aber auch Musik ab dem Depressionismus, Jazz, Filmmusik, Popmusik, Rockmusik, das ist häufig Musik, die auch modal, kirchentonal geprägt ist. Und für solche Stilistiken, egal ob modal im historischen Sinne oder neomodal im moderneren Sinne, ist sehr typisch, dass authentische und plagale Klangverbindungen eigentlich gleichberechtigt sind. Vielleicht manchmal sogar mehr plagale Klangverbindungen vorkommen als authentische. Das macht sehr viel für diese Stilistik aus, wohingegen in Durmolltonaler Musik, wie sie im Prinzip ab der Barockzeit bis zur Romantik hauptsächlich geschrieben wurde, für die ist sehr typisch, dass eigentlich eine Konzentration mehr auf die authentischen Klangverbindungen stattgefunden hat, als auf die, die im funktionalen Sinne besonders zielstrebig wirken. Das heißt nicht, dass in diesen Zeiten plagale Klangverbindungen überhaupt nicht stattfinden, dass sie verboten werden, nein, überhaupt nicht, aber es ist wirklich sehr viel weniger, wenn man statistisch ein bisschen auswertet, wie Klangverbindungen aufeinander folgen, welche Klangverbindungen verwendet werden, sieht man, dass in Durmolltonaler Stilistik die authentischen Klangverbindungen sehr viel häufiger sind. Jetzt also ganz kurz, was sind authentische, was sind plagale Klangverbindungen? und ich kann das im Prinzip auf drei Intervallfortschreitungen reduzieren, also Intervallfortschreitungen, was machen die Grundtöne der aufeinanderfolgenden Akkorde, in welchem Verhältnis stehen die zueinander? Und die drei Intervallverhältnisse, die da wichtig sind, sind Quinte, Terz und Sekunde. Wenn ich also Quintfälle habe, wie zum Beispiel von der Dominante zur Tonika, jeder wird sagen, ja, Dominante Tonika, der Quintfall, das wirkt besonders zielstrebig, das wirkt besonders logisch, besonders schließend, da steckt eine Kraft dahinter, die sehr unmittelbar überzeugt. Dementsprechend Quintfälle sind die authentischste Klangverbindung schlechthin. Quintfall und Quatschstieg ist vom Endergebnis her dasselbe, ob ich nur eine Quinte runtergehe oder eine Quarte hoch, ich habe letztendlich dieselben Verhältnisse und genauso wie eben Dominante zur Tonika der Quintfall besonders logisch klingt, klingt jeder andere Quintfall genauso logisch oder Quatschstieg. Ich kann Quintfälle noch füllen, indem ich noch einen Akkord dazwischen mache, dann wird der Quintfall in zwei Terzfälle unterteilt und dementsprechend sind Terzfälle eben auch authentische Klangverbindungen, die eine besonders überzeugende Zielstrebigkeit haben von ihrer Klanglichkeit. Da ist wichtig, es ist nicht unbedingt zwingend nötig, dass der Bass tatsächlich die Grundtöne hat und dann diesen Quintfall oder Terzfall macht. Es geht wirklich nur darum, was machen die Grundtöne der Akkorde, auch wenn der Bass eventuell was anderes, andere Akkordtöne unten hat. Also Terzfälle sind die zweite authentische Klangverbindung. Man sieht es hier schon, wenn ich drei Terzfälle hintereinander habe, dann komme ich von C-Dur zu D-Moll hier. Wenn ich das D-Moll eine Oktave höher vom Bass her hätte, dann wird aus dem Septimfall, der aus drei Terzfällen entsteht, ein Sekundstieg. Das heißt, Sekundstiege sind auch authentische Klangverbindungen. Wir haben zum Beispiel Sekundstiege in der ganz normalen Kadenz, in der harmonischen Kadenz zwischen Subdominante und Dominante. Oder ich habe ja gerade schon vom Trugschluss gesprochen, wenn nach der Dominante nicht die Tonika kommt, sondern die Tonika Parallele, dann habe ich auch einen Sekundstieg. Also Sekundstiege wirken auch sehr funktional, logisch und zielstrebig. Ja, das sind die authentischen Klangverbindungen und die Plagalen machen genau das Gegenteil. Also das wird hier durch die Pfeile angedeutet, authentisch ist in die Richtung nach rechts, Quintfälle, Terzfälle, Sekundstiege. Plagal ist in die Richtung nach links, Quintstiege, Terzstiege, Sekundfälle. So, also das ganz grob erstmal zum Bewusstsein, was authentische und plagale Klangverbindungen sind. Jetzt hier noch eine kleine Auflistung von Beispielen, in welchen Zusammenhängen Plagale Klangverbindungen auch in einem Durmoltonal, in der Durmoltonalen funktionalen Stilistik vorkommen. Grundsätzlich ist immer kein Problem ein Pendel zwischen zwei Akkorden, wo ja ganz automatisch immer eine Akkordverbindung dabei, eine authentische und die andere Plagale ist. Wenn ich zum Beispiel hier Tonika, Dominante Tonika mache, wird kein Mensch sagen, dass das im funktionalen Sinne eine unlogische Klangverbindung ist oder eine, die man nicht nachvollziehen kann, aber natürlich habe ich dann hier von der Tonika zur Dominante erstmal den Quintstieg, also die plagale Klangverbindung und dann den Quintfall, die authentische Klangverbindung, die natürlich im funktionalen Sinne sowieso gut geht. Aber dieses Pendel, einmal hin, einmal zurück, das funktioniert immer. Und Quintstiege oder Quartfälle sind auf jeden Fall immer die unproblematischsten aller plagalen Klangverbindungen sowieso. Was die Pendel anbelangt, auch bei Terz-Pendeln, ja, wenn ich authentisch den Terz-Fall mache und dann gleich wieder zurückpendel, den Terz-Stieg, Plagal oder bei Sekundverbindungen, erst den Sekund-Stieg, dann den Sekund-Fall, also eins davon ist immer authentisch, das andere Plagal, überhaupt kein Problem, sowas kommt oft vor. Ein Terz-Stieg, der auch sehr häufig vorkommt und an eine bestimmte Konstellation gebunden ist, die sehr typisch ist, ist dieses hier. Wir haben hier den Terz-Stieg von C-Dur zu E-Moll, Plagal, und das ist verbunden mit einer bestimmten Melodiewendung, die in einigen Chorälen immer wieder vorkommt, nämlich wenn ich in der Tonleiter vom Grundton abwärts gehe. Man hat das zum Beispiel bei Vom Himmel hoch, da komme ich her, ja. Dann habe ich vom Grundton absteigend eine Linie und da ist ja sehr besonders, dass der zweite Ton dabei, jetzt hier melodisch das H, eigentlich in der Tonart C-Dur ja der Leitton ist und der Leitton will ja eigentlich nach oben zum C, was aber in der Melodie ja definitiv nicht tut. und wir haben schon mal im letzten Video gesagt, dass nach der Dominante eigentlich nie die Subdominante kommen soll. Es gibt zwar Ausnahmen von der Regel, auf die wir in anderen Videos noch zu sprechen kommen, aber erst mal als Grundregel nach der Dominante nicht die Subdominante zu nehmen. Das wäre aber hier zwingend der Fall, wenn ich nur die Kadenzharmonien hätte, dann könnte ich hier nur Dominant-Terz mit dem H machen und hier nur Subdominant-Terz mit dem A und hätte eben die Klangverbindung, die da nicht besonders funktioniert. Wenn ich aber stattdessen hier das E-Moll nehme, statt G-Dur, dann wirkt das H nicht mehr so leittönig wie in dem G-Dur in der Dominante. Der E-Moll-Dreiklang klingt einfach nicht so dominantisch wie die Dominante selber. Also das ist eine sehr häufige Wendung, wie sie in manchen Chorälen immer wieder vorkommt und wo es dann wirklich sehr hilfreich ist, hier das H nicht als Leitton vertonen zu müssen, welcher falsch aufgelöst wird, sondern eben als Quinte von E-Moll. Dasselbe kann ich im Prinzip eine Terz tiefer machen, dann habe ich hier die plagale Klangverbindung, den Terzstieg von der Tonika parallele zur Tonika. Also das ist genau dieselbe Wendung wie die hier, nur sozusagen parallel auf Moll bezogen, auf A-Moll. Ja, Sekundfälle, da gibt es auch eine sehr gebräuchliche Art von Sekundfall, die oft vorkommt, nämlich wenn ich keine entweder 4-5-1 oder 2-5-1 Kadenz habe, sondern ich kann auch eine 6-5-1 Kadenz haben, also sechste Stufe, fünfte Stufe, erste Stufe, Tonika parallele, dominante Tonika, oder dasselbe auf A-Moll bezogen, dann eben F-Dur, E-Moll, A-Moll, dann habe ich hier diesen Sekundfall drin, dem dann ein Quatschstieg oder Quintfall folgt, das ist eine sehr typische Wendung. Man denke zum Beispiel auch an das berühmte Cis-Moll-Prelude von Rachmaninoff, das ja mit dieser Bassfigur anfängt, das ist genau im Prinzip diese Bassfigur. So, wenden wir uns also einem konkreten Beispiel zu. Ich habe aus dem evangelischen Gesangbuch, die Nummer 93, nun gehören unsere Herzen ausgesucht, ein Lied in F-Dur. Wichtig nochmal als Wiederholung, dass dieses Austauschen der Hauptfunktionen durch die Parallelfunktionen eine Sache ist, die in Dur Zusammenhängen besonders gut geht und in Moll Zusammenhängen nicht einfach eins zu eins zu übertragen ist. Deswegen beschränken wir uns erstmal auf eine Dur-Melodie, wie man mit Moll-Melodien umgeht. Das muss in einem anderen Video mal besprochen werden. Also, eine Dur-Melodie. Das zweite ist, dass diese Melodie auch wieder kein zusätzliches Vorzeichen verwendet, sondern nur Töne der F-Dur-Tonleiter. Auch das nochmal zur Erinnerung, sobald eine Melodie weitere Vorzeichen verwendet, heißt das, dass wir noch ganz andere Arten von Akkorden mit einbeziehen müssen, die wir in dem momentanen Stand nicht einbeziehen wollen. Jetzt beschränken wir uns auf die drei Kadenzharmonien Tonika, Subdominante, Dominante und auf die drei Parallelakkorde Tonika Parallele, Subdominant Parallele, Dominant Parallele und schauen, wie man damit umgehen kann. Wir können uns einmal kurz die Melodie anhören. Amen. Ja, ich habe schon vorbereitet im Sinne des letzten Videos, dass ich über jede Melodienote geschrieben habe, ob sie als Tonika-Dominant- oder Subdominant-Ton oder mehrfach deutbar ist, auch inklusive der charakteristischen Dissonanzen. Kann man gerne nochmal im ersten Video nachschauen, also zum Beispiel, dass die zweite Tonleiterstufe auf der einen Seite Dominant-Quinte sein kann, aber auch die sechste der Subdominante, wenn sie bestimmte melodische Bedingungen erfüllt, wie hier zum Beispiel, eben im Sekundschritt aufwärts zu gehen, was hier auch den S5-6 ermöglicht. Oder bei der vierten Tonleiterstufe das B als Subdominant-Grundton oder als Dominant-Septime, wenn die Melodie im Sekundfall weitergeht. So, dann wollen wir uns mal diesem konkreten Satz hier zuwenden und schauen, wie wir da vorgehen können. Wer sich an das erste Video erinnert, dort hatte ich einen sehr elementaren Schritt am Anfang. Ich muss mich ja jetzt entscheiden, sozusagen, welche Harmonien ich nehme, da wenn ich mehrere Möglichkeiten habe. Und es werden ja im Laufe der Zeit auch mehr Möglichkeiten werden, wenn ich dann auch noch entscheide, wo ich einzelne Kadenzharmonien durch ihre Parallelfunktionen ersetzen werde. Ich habe jedenfalls in diesem ersten Video im ersten Schritt dem Bass immer den Grundton gegeben, von dem jeweiligen Akkord, für den ich mich entschieden habe. Und dann erst in einem zweiten Schritt überlegt, wie ich den Bass melodisch fließender und abwechslungsreicher gestalten kann. Indem der Bass nicht nur die Grundtöne der Akkorde singt, sondern eben auch andere Akkordtöne. Den ersten Schritt werde ich jetzt in diesem Video weglassen und tatsächlich den Bass sofort gleich in seiner finalen Gestalt konzipieren. Ich kann bei der Entscheidung, wo ich Kadenzharmonien durch ihre Parallelfunktionen ersetze, kann ich verschiedene Gesichtspunkte auch anwenden. Zum Beispiel, wenn ich sehe, ich habe zweimal eine Grundfunktion hintereinander, kann ich da auf verschiedene Weise damit umgehen, um dem ein bisschen Abwechslung zu geben. Ich kann natürlich erstmal einfach auch sagen, ich habe zwar die Akkordwiederholung, aber ich mache zum Beispiel durch den Bass einen Lagenwechsel da drin. Gerade hier zum Beispiel, wenn ich zweimal in der Tonika das F habe in der Melodie, dann könnte der Bass, um da so ein kleines Gefälle reinzubekommen, von der Terz zum Grundton runterspringen. Ich kann aber auch, zum Beispiel, wenn ich hier zweimal die Subdominante hintereinander sehe, sagen, naja, beim zweiten Mal könnte ich die Subdominante durch ihre Parallele austauschen. Schauen wir mal, wo uns das hinbringt. So, wir haben hier so eine Auftaktquartte. Ich könnte ganz einfach hier zweimal Dominante machen und dann zur Tonika gehen. Ich fange auch mal mit der Dominante an. Aber ich möchte hier schon die Tonika bringen mit der Terzbass. Was aber jetzt heißt, dass ich hier auf die Eins nicht nochmal die Tonika bringe. Weil es immer ganz gut ist, wenn ich über den Taktwechsel hinweg, vom Auftakt zum Volltakt, auch einen Akkordwechsel habe. Das hört sich immer stärker an als eine Akkordwiederholung. So, ich könnte jetzt also natürlich die Subdominante nehmen. Dementsprechend das B in den Bass tun. Ich kann natürlich auch die Tonika durch die Tonika Parallele ersetzen und damit das D in den Bass tun. Ich könnte auch die Subdominante durch die Subdominante Parallele ersetzen. Also G-Moll. Das ist ein ganz interessanter Fall. Was ich vorhin schon gesagt habe, dass man ja ein bisschen aufpassen muss. Was wird aus dem Melodieton, wenn ich eine Funktion durch ihre Parallelfunktion ersetze? In der Subdominante B-Dur ist der Melodieton die Quinte. Wenn ich also jetzt hier die Subdominante Parallele G-Moll machen würde, dann wird aus der Quinte die Septime von G-Moll. Und bei einer Septime muss ich eben aufpassen. Die muss Konsequenzen haben. Eine Septime ist eine Dissonanz, die sich auflösen muss. Und sie löst sich durch einen Sekundschritt nach unten auf. Und siehe da, in der Melodie kommt das tatsächlich auch, der Sekundschritt nach unten. Ja, insofern ist das gar keine so unreizvolle Situation. Vielleicht mache ich das jetzt einfach mal. Und mache hier Subdominante Parallele als Septakkord. Dann habe ich gleich schon mal meine erste Parallelfunktion. Ja, die Septime löst sich in die Terz der Dominante auf. Ja, insofern gehe ich jetzt einfach nur hier nach oben. Ich sehe jetzt hier schon mal so ein bisschen so die Richtung nach unten. Wir haben hier eigentlich so eine kleine Zäsur, nicht vom Notenbild, aber wenn man das Lied kennt, ist hier so eine kleine Zäsur. Also wie so eine erste Phrase. Das heißt, ich könnte als Ziel dieser ersten Phrase... Halt, das war falsch. Das brauchen wir nicht. Halt. Könnte ich das untere F anpeilen, was dieser ersten Phrase so eine Richtung gibt. Und das wird hier schon ein bisschen angedeutet durch das G. Ich möchte jetzt aber das tiefe F wirklich als ein Ziel erlebbar machen. Das heißt, es soll nicht vorher schon irgendwie verbraucht werden. Ich gehe hier nochmal zum sechsten Akkord. Der Tonika. Mache die Dominante mit Septimbass. Und entscheide mich hier tatsächlich für die Akkordwiederholung. Tonika, Tonika, aber mit dem Lagenwechsel im Bass. Ja, und so habe ich, glaube ich, eine ganz gute Linie. Die ganz wunderbar hier nach unten herabsinkt. So. Kleine Bemerkung zwischendrin. Ich würde empfehlen, wenn wir jetzt die Parallelakkorde mit einbeziehen, erstmal dem Bass bei den Parallelakkorden immer den Grundton zu geben, damit der Mollakkord als solcher einfach eine klare klangliche Wirkung hervorbringen kann. Ja, das würde den Mollcharakter der Parallelfunktionen sehr entkräftigen, wenn wir jetzt dem Bass andere Akkordtöne geben würden. So. Okay, weiter im Text. Ich gehe weiter. Ich entscheide mich für die Subdominante. S5-6, der zur Tonika. Sechster Akkord weitergeht und jetzt parallel. Das sieht schon schön aus. Einfach so diese Dezim-Parallele zwischen Sopran und Bass. Die Terz Gb oder Dezime kann zweierlei Harmonisches bedeuten. Sie könnte Quinte und Septime des Dominant-Sept-Akkordes bedeuten. Sie könnte aber auch G-Moll bedeuten, also Sub-Null dann Parallele. Dann hätte ich Grundton und Terz. Ich möchte das hier jetzt mal aufgefasst wissen als Dominant-Sept-Akkord mit Quint-Bass. Jetzt wäre es eigentlich ganz schön, wenn wir bei der quasi zweiten Phrase die Antwort auf die erste Phrase, wenn wir hier das hohe F erreichen würden. Das heißt, wir haben hier eine ziemlich kurze Strecke, in der wir nach oben wollen. Ich mache jetzt gleich mal einen Sechstsprung in die Tonika-Parallele. Also um gleich hier mal noch mal eine Parallelfunktion mit einzubeziehen. Und dann Dominante. Ja, so ein Sechstsprung. Keine Angst vor solchen Sprüngen im Bass ist schon auch was Schönes mal. Aber was immer ganz gut ist, wenn man danach noch mal einen Sekundenschritt nach unten macht, um diesen expressiven Sprung so ein bisschen aufzufangen. Ist eigentlich eine Regel aus dem Renaissance-Kontrapunkt, aber ist etwas, was man in vielen Stilistiken nach der Renaissance-Zeit durchaus auch noch für eine organische, melodische Bildung wiederfindet. Das ist eine gute Basslinie. So, netterweise werden jetzt diese zwei Melodiezeilen wiederholt, haben natürlich erstmal auch dieselben Harmonisierungsmöglichkeiten, grundsätzlich von den Kadenzharmonien her. Man hätte hier auch einfach ein Wiederholungszeichen machen können, aber es kann ja auch mal reizvoll sein, eine wiederholte Melodiezeile beim zweiten Mal anders auszusetzen. Das mache ich jetzt hier. Ich bin jetzt hier in dieser oberen Lage, also erstmal habe ich mich hier unten aufgehalten und dann mich langsam hochgearbeitet. Jetzt bleibe ich mal da oben und wenn ich was anders machen will, jetzt könnte ich zum Beispiel zweimal Dominante machen und den Terzfall, den ich hier hatte, C, A, könnte ich sozusagen motivisch aufgreifen und in der oberen Lage, eine Terz höher, als Dominante Terz, Dominante Grundton wieder aufgreifen. Jetzt kann ich natürlich nicht zum F nach oben, zur Tonika wegen Oktavparallelen zum Sopran. Ich kann aber auch nicht zur Subdominante gehen, weil Dominante Subdominante, wer sich ans erste Video erinnert, ist eine Akkordverbindung, die man erstmal definitiv vermeiden sollte. Was kann ich machen? Ich kann stattdessen hier Tonika Parallele machen und schon mal sowas wie eine trugschlüssige Wendung, also es ist ja keine Schlusswendung, wir sind ja ganz am Anfang der Choralzeile, aber es ist eine trugschlüssige Wendung, wenn ich jetzt hier zur Tonika Parallele gehe. Ja, um vielleicht mal tatsächlich die Dominantparallelen mit einzubringen, ich könnte hier so ein Pendel machen, Tonika Parallele, Dominantparallele, Tonika Parallele. Dann mache ich sozusagen so ein kleines Fenster auf, aus der Grundtonart F-Dur in die Paralleltonart D-Moll und kann jetzt über Dominante Tonika wieder zurückkommen nach F-Dur. Sowas nennt man Parallelismus, also dass ich sozusagen die beiden parallelen Tonartenbereiche D-Moll so gegenüber stelle und von dem Moll-Bereich in den Dur-Bereich oder umgekehrt rüber switche, sozusagen. Also das könnte ich hier machen. Die beiden Moll-Akkorde mache ich grundtönig, also dass der Bass die Grundtöne hat, aber jetzt, wenn ich wieder zur Dur zurückkomme, mache ich hier den Leitton, die Dominanterz. Der Bass, die sich in den Grundton der Tonika auflöst. Ich erweitere jetzt mal den Tonraum nach oben, indem ich zwar in der Tonika bleibe, aber auch wieder einen Lagenwechsel machen in die Terz der Tonika. Na, dann kriegt der Bass nach dem F als ersten Hochton wieder ein neues Ziel nach oben. Subdominante oder Dominante. Ich nehme die Dominante und da ein Sprung von der Tonika-Terz in die Dominanterz. Wer sich an das letzte Video erinnert, da habe ich gesagt, ja, bei Sechst-Akkorden mit Terz-Bass entweder der Terz-Bass geht in einem Sekundschritt weiter oder höchstens in einem Terz-Sprung. Aber wenn ich größere Sprünge als eine Terz mache, dann heißt das in der Regel, dass ich von der einen Terz zur nächsten Terz springe und dass das dann sozusagen das Auflösungsbedürfnis nur etwas herauszögert. Also hier Sprung von F-Dur-Terz zur C-Dur-Terz, aber dann Auflösung zum Grundton der Tonika. So. Das übersprungene G, das hier mit dem Terz-Sprung ausgespart wurde, liefere ich hier nach und fasse das jetzt tatsächlich nochmal als Subdominant-Parallele auf und springe zur Tonika-Parallele. Das ist eine plagale Wendung, quasi Quintstieg oder Quartfall. Der Quintstieg oder Quartfall ist die gebräuchlichste aller plagalen Wendungen und geht immer problemlos. Aber jetzt könnte ich von der Tonika-Parallele zur Subdominante gehen. Das ist ein Terzfall, also eine authentische Klangverbindung. Ups, allerdings sehe ich, das ist natürlich hier eine saubere Quint-Parallele. Dann mache ich mal den Sextakkord und komme so in die Kadenz rein, Subdominante, Dominante, Tonika. So, okay. Also zweite, jetzt sind die Wiederholungen der ersten zwei Chorallzeilen anders gelöst und es gibt dem Bass ein bisschen Weiterentwicklung. Die obere Oktavlage wird gefestigt und auch mit dem A und dem G noch ein bisschen überschritten. Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Kadenz und hier subdominante Tonika eine 4-5-1-Kadenz. Jetzt mache ich noch mal so einen Oktavsprung nach oben. Tonika und mache in der Tonika einen Lagenwechsel. Das könnte natürlich Tonika mit Terzbass sein, aber es könnte auch diese Situation sein, Tonika dominant-parallele, die ich vorher mal erwähnt habe. Also dieser plagale Terzstieg, erste Stufe, dritte Stufe. Ich habe hier zwar in der Melodie jetzt nicht diese absteigende Linie 8, 7, 6, aber die könnte ja zum Beispiel im Alt nachher liegen, wenn ich jetzt also hier F-Dur, A-Moll, D-Moll mache, ja, genau, Tonika-Parallele, dominant-parallele, Tonika-Parallele ist so viel wie dominante Tonika, nur halt eine Terz-Tiefe. Mache ich das mal. So, und jetzt wieder zur Tonika zurück. Und ja, nachdem ich vorhin einen Sechssprung nach oben hatte, mache ich meinen Sechssprung nach unten in die Tonika-Terz und gehe von da jetzt in die Subdominante und mache jetzt tatsächlich, nutze diese zweimal S hintereinander, um beim zweiten Mal die Subdominante durch ihre Subdominante-Parallele zu ersetzen. Ja, wenn ich mich hier für die Dominante entscheide, dann muss ich in der Dominante bleiben. Ich kann nicht nach der Dominante die Subdominante bringen, sondern muss das hier die Septime sein. Also ich habe hier also die 8-7-Bewegung in der Dominante. Dann mache ich als Gegenbewegung im Bass den Terz-Sprung zur Terz. So. Ja, jetzt habe ich auch noch mal zweimal die Tonika hintereinander und zweimal das A in der Melodie. Ich könnte einen Lagenwechsel innerhalb der Tonika machen, aber ich mache den Wechsel zur Tonika-Parallele. Kann, wenn ich jetzt die Dominante bringe, nicht zum C runter, wegen der Quint-Parallele. Also gehe ich noch mal hoch. Mache hier eine Halbschlusswendung. Ich lasse hier mal den ganzen Takt Dominante und löse hier zur Tonika auf und mache eine Bewegung in die Dominante, indem ich hier wieder einen Sekundakkord reinbringe, der sich in die Tonika-Terz auflöst. Dann Dominant-Quinte. Ja, wir haben ja den Leitton oben. Leitton kann nichts anderes als Dominante sein. Natürlich kann ich so ein Achtelchen auch ignorieren und sagen, ich harmonisiere das gar nicht aus, sondern das ist einfach nur eine kleine Verzierung, Wechselnote. Aber ich harmonisiere es mal aus und mache hier wirklich Dominante mit Quinte im Bass. Und ja, natürlich will diese Linie sich fortsetzen. So. Das soll Subdominant-Quinte-Sechst-Akkord sein. So, Tonika. Jetzt mache ich noch mal diese Geschichte. Ich tausche die Tonika durch Tonika-Parallele aus. Und dann ist das hier wieder die Septime der Tonika-Parallele, die in die Terz der Subdominant-Parallele sich auflöst. Nach unten im Sekundfall. Einfach um diese Situation noch mal bewusst zu machen. So, Subdominant-Parallele G-Moll. Nehme ich also den Grundton im Bass. Da, da, di, bam. Und wir sind fast fertig. Tonika mit Terzbass. Dominant-Sechst-Akkord. Dominante, Dominante. Tonika. So. Okay, also wir haben an wie vielen Stellen Parallelen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, also man braucht das jetzt nicht ständig zu machen, aber immer wieder, Moment, habe ich das hier mitgezählt? Nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, elf sind es. Elf Situationen, wo wir Parallelfunktionen eingebunden haben und das macht den Satz auf jeden Fall schon sehr interessant. Wir können jetzt einfach mal das Ganze anhören, wie es klingt, allein mit Sopran und Bass. Das ist das, was wir mit Sopran und Bass. Das ist das, was wir mit Sopran und Bass. Nachdem der Bass nun fertig ist und wir uns entschieden haben, wie wir harmonisch durch diesen Choral durchkommen, habe ich das Ganze jetzt hier nochmal anders dargestellt, zum Nachvollziehen und ein bisschen analytisch. Ich habe alle Funktionszeichen, die jetzt nicht zur Anwendung gekommen sind, eliminiert, sodass wir jetzt wirklich nur noch den harmonischen Gang haben, für den ich mich jetzt hier entschieden habe. Die Kästchen hier zeigen an, wo Akkordwiederholungen stattfinden, in denen dann der Bass in der Regel irgendeinen Lagenwechsel vollzieht. Und hier diese Klammern, die zeigen an, wo plagale Klangverbindungen stattfinden. Ich habe hier eine kleine statistische Auswertung. Die Melodie besteht aus 60 Melodietönen und da ich ja jeden Melodieton ausharmonisiert habe, sind es 60 Akkorde. Aber davon sind 8 Akkordwiederholungen, wo also kein Wechsel stattfindet zwischen Klängen. Das heißt, wir haben 52 Akkordverbindungen oder Akkordwechsel. Und da ist jetzt eben ganz interessant zu sehen, dass von diesen 52 Akkordverbindungen 36 authentisch sind und 16 plagal. Was also für eine Dur-Moll-Tonal-funktionale Harmonik und Klanglichkeit sehr typisch und entscheidend ist. Starkes Übergewicht auf der authentischen Akkordverbindungsseite. Und von den 16 plagalen Akkordverbindungen sind auch noch 10 Quintstiege. Quintstiege sind, wie vorhin schon gesagt, die klanglich ungefährlichsten, die am wenigsten etwas an diesem funktionalen Klangerlebnis Dur-Moll-Tonalität erändern. Die Sekundfälle, die hier drin sind, das sind in den allermeisten Fällen diese 651-Kadenzen. Also, dass ich parallele dominante Tonika habe. Oder einmal hier am Schluss habe ich Sublo und dann parallele Tonika. Also das Ganze eine Quinte tiefer. Also das sind alles plagale Klangverbindungen, die an dem Dur-Moll-Tonal-funktionalen Gesamterlebnis und an der Stilistik nichts gravierendes ändern. Ich habe jetzt nicht plötzlich das Gefühl, das Ganze würde Gefahr laufen, zu sehr nach Renaissance-Musik zu klingen. Jetzt fehlen ja noch die Mittelstimmen, die das Ganze harmonisch vervollständigen und einfach voller klingen lassen. Diesen Schritt werde ich jetzt hier in diesem Video definitiv nicht detailliert ausführen, wie ich das beim letzten Mal gemacht habe. Ich habe ja da auf jeden Fall gezeigt, was mir wichtig ist, dass man in jeder Stimme immer wieder versucht, ein bisschen melodisch mitzudenken und zu gucken, wo habe ich die Möglichkeit, kleine Motive unterzubringen, die dem Ganzen eine gewisse Konsequenz melodisch geben. Wie ist es mit der Bewegung im Tonraum der jeweiligen Stimme, was so Kriterien sind, um Mittelstimmen eben auch lebendig zu gestalten. Das werde ich jetzt hier nicht detailliert vorführen. Ich werde jetzt gleich einfach das Endergebnis zeigen, wenn ich die Mittelstimmen ergänzt haben werde und dann über die ein oder andere Stelle dann noch sprechen. Ich habe jetzt hier also den Choralsatz fertig geschrieben und die Mittelstimmen ergänzt und möchte einfach noch mal ein paar Stellen zeigen und erläutern. Zunächst mal ist ja auffällig, dass der Anfang ziemlich tief liegt, schon im Sopran mit dem tiefen C, was auch für die Mittelstimmen heißt, dass die in einer eher tiefen Lage anfangen. Sibelius macht hier den Alt, färbt ihn rot ein. Rot sind immer Warnfarben, dass eine Stimme zu tief oder zu hoch sein könnte. Es ist natürlich so, dass Chor, Alti durchaus ein tiefes G drin haben. Das ist keine unlösbare Geschichte, also braucht man jetzt nicht zurückzuschrecken, bloß weil das Notenschreibprogramm einen das als zu tief anzeigt. Der Tenor geht hier erstmal nach unten in eine relativ tiefe Lage bis zum tiefen C, also viel tiefer sollte man Tenöre auch nicht unbedingt bringen. Was dann typisch ist, ja hier mal dieser Oktavsprung, der dem Ganzen so einen Befreiungsschlag gibt. Aber natürlich ist eine Oktave immer wieder eine sehr expansive und sehr expressive melodische Wendung. Und ja, dieser eine Ausschlag nach oben, der sofort wieder in die Mittellage zurück geht und das Ganze etwas auffängt, bewirkt, dass hier sozusagen die Mittellage gefestigt wird, dadurch, dass ich was unten drunter und was oben drüber habe. Aber in der Mittellage macht es sich dann erstmal für die ersten Takte stabil. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, hier bei dieser plagalen Wendung Tonika, Dominantparallele und dann authentisch von der Dominantparallele zur Tonikaparallele, dass zwar in der Melodie nicht diese typische 8-7-6-Bewegung vorkam, die sehr häufig die Grundlage für diese Art von plagaler Klangverbindung ist, aber wie wir sehen, also im Alt findet das jetzt statt. Wo der Leitton, also der an und für sich Leitton E in F-Dur, nicht mehr die instabile Dominantterz ist, die als Leitton dann wirklich nach oben will, sondern jetzt in der Dominantparallele die Quinte, was ein viel schwächerer Leittoncharakter ist und wo sich diese Abwärtsbewegung deutlich organischer anfühlt, als wenn ich hier die Dominante hätte. Hier ist so eine Kleinigkeit, da fällt vielleicht so ein bisschen diese Stimmkreuzung zwischen Tenor und Alt auf. Die wäre satztechnisch nicht nötig. Ich könnte hier den Tenor auf dem C lassen und den Alt auf dem F. Gerade weil der Alt dann viermal hintereinander das F hätte, hatte ich mich dann dafür entschieden, diese kleine Stimmkreuzung einzubinden, die einfach aus rein melodischen Gründen für den Alt das ein bisschen interessanter macht. Also die steigende Quarte DG, die hier durch die fallende Quarte FC quasi in Gegenbewegung beantwortet wird. Der Tenor hat dann auch mal einfach diesen einen Ausbruch zu dem wirklich tenoralen Ton F. Ich bitte meinen Gesang zu entschuldigen, ich bin kein Tenor. Was hier sicher ganz reizvoll ist, ist diese Terzenkette nach unten, die so ein bisschen auch einen romantischen Touch reinbringt. Ja, und noch als letztes diese zwei Quarten im Tenor, die so ein bisschen treppchenartig steigen, die also von einem Intervall her, das relativ charakteristisch eingebunden wird, melodisch, ja so eine gewisse motivische Konsequenz reinbringt. Und was dann eben ganz hübsch ist, dass, also wenn wir die Quarten haben, F, B, A, D, dass genau dieselben Quarten quasi kanonisch einen Tag später durch den Bass gesungen werden. Das gibt so eine kleine auch motivische Verbindung zwischen den beiden Stimmen, was einen Satz durchaus auch reizvoll machen kann. Ja, so ein kleines polyphones Element, auch wenn das natürlich im homophonen Satz nicht wahnsinnig auffällt, aber es ist doch eine Kleinigkeit, die das Ganze aufwertet. Ja, abschließend können wir einfach noch diesen Satz anhören, wie er sich jetzt nun vollständig präsentiert mit allen Stimmen. Stimmengewirr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020